die nächste idee zum nachbauen seht ihr hier aus wachtel eier vorher wieder mit accrylbinder schön die schale festigen habe ich hier kirchen gebaut ich zeige euch das mal jetzt so mit roter accrylfarbe umso ein bisschen lichtschatten soll das weiße darstellen und dann kann man das schön an zweig anhängen wer möchte kann so ein putziges eisig dazu bauen so eine idee für euch